Willkommen zurück zu Minecraft. So, achso ja, wir sind ja auf dem Weg zurück zu der Stelle der Schlucht, wo wir weiter buddeln wollen. So, ich habe auch jetzt die richtigen Daten. Ja, sieht ja schon recht gut aus. Nehme ich jetzt nicht mit, die arme Fledermaus hat sie sich ein bisschen verbrannt. So, wir haben ja so einiges an Kohle im Moment mit und die Schlucht ist ja auch nicht so weit weg. So, hier können wir wieder hoch hinauf. So. Ähm, jetzt muss ich gucken. Zweiter Wert. Ja, da müssen wir jetzt hier noch ein ganzes Stück weit buddeln. So. Äh, haben wir denn noch was anderes? Ja, wir könnten zur Not halt die Sachen, äh, hier weg tun. So. Wir müssen halt bei dem, äh, z, das ist der dritte, die, äh, dritte Zahl, die ist ja jetzt im Moment bei minus 1038 und da müssen wir, äh, bis 500, äh, also minus 584 hin. So. So. So ist noch ein ganzes Stück. Und im Moment sind wir halt in biomextreme hier. Also, wir sollten uns nicht wundern, wenn, äh, halt, ähm, ja, wir sollten vielleicht, also wir sollten uns nicht wundern, wenn auf einmal, ähm, Silberfüschchen uns entgegenspringen würden. So. Zack. Ähm, machen wir, äh, oder wir laufen nochmal zurück. Äh. So. Ist ja nicht so arg weit, sag ich meiner. So, hier sind schon unsere Treppen. So, dann können wir nämlich eben uns entleeren und, ähm, gucken, ob wir vielleicht so ein bisschen unsere Spitzhacke, ähm, wieder hochpushen. So, das kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Haben wir davon? Ja, hier. So. Haben wir davon? Hier, da, da. Und davon haben wir auch noch was. So. Hier, da, da. so was ab. Dann können wir das nämlich auch ab. Dann stopfen wir jetzt hier, ähm, einmal rein. So, hier haben wir noch, ähm, stopfen wir das rein und dann kann das brutscheln. Das nehmen wir raus, dann kann hier das rein und das. Ähm, hier haben wir noch das, ähm, hier haben wir noch das. Dann tun wir das rein und kann hier das schmelzen. So, weiteres haben wir ja nicht. So, gut. Dann tun wir jetzt das und das erstmal hier rein. so, ähm, das ist Sand, ne? Ja, genau, Sand, Glas und so. Ähm, Monster Drops, das, 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 dies und jenes. Und welches? Ähm, da haben wir Kies. So, gut. Erde nehmen wir mit. Das Stein nehmen wir mit. Äh, da, da, da. Dann, hier sind Eier. Ja, dann tun wir mal hier so, ähm, Farbstoffe. Haben wir ja noch nicht, ne? Ach doch, da. Also. Dann kommt Lapis nämlich hier mit rein. So, ach so, Monster Drops, da haben wir ja auch die. So, ähm, und fertige Nahrung. Äh, das tun wir hier mit in Ruhe. Ähm, zack. Und zack. So. Ja. So, dann können wir, ach so, das kann ja auch noch mit rein. So. So, so. Na, tauscht. So, dann haben wir das. Ach so. Äh, wir brauchen hier. Hätte ich auch das andere lassen können. So, futtern wir mal eben. So. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Äh, Spitzhacke. Ach ne, wir müssen ja Amboss. Den Amboss brauchen wir ja dafür. Ähm. 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 Bauen wir eben noch einen Amboss. Ähm. So. Da brauchen wir, glaube ich, drei Eisenblöcke. Ich glaube vier. So, genau. Hier haben wir den Amboss jetzt. Äh, ja. Wo tun wir den denn mal hin? Ähm. 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 Stellen wir ihn einfach hier da. die Haltbarkeit. dass es wert ist lassen das bauen wir uns noch halt einfach jetzt zwei eisenspitzhacken dann schonen wir halt hier die spitzhacke so wir legen die spitzhacke jetzt hier die diamant mal hierhin so dann machen wir vielleicht dann noch eine eisenspitzhacke dann können wir uns hier die einfach mitnehmen so das andere kann hier schön braten so dann sind wir wieder schön leer und wir können uns dran machen und weiter buddeln wird natürlich jetzt ein bisschen langsamer werden weil wir ja jetzt die sag ich mal nur eine eisenspitzhacke haben diamant ist natürlich schneller ist ja klar aber naja das noch weg das und buddeln und einmal dicht bitte hier sind natürlich noch immer genügend neben gänge der schlucht die natürlich auch noch nicht ausgeleuchtet sind weil wir ja da nicht waren so mal wieder etwas licht hier machen da ist nochmal eisenspitzhacke können wir ja jetzt wieder mitnehmen so und wieder stopfen wir zu so und weiter geht's mit dem buddeln ist natürlich ein bisschen langweilig aber naja was sein muss muss sein wir werden auch irgendwann mal sag ich mal bewusst die noch eins breiter macht beziehungsweise rechts und links noch breiter machen so dass wir hier in so einem dreiergang haben werden damit wir hier eine ordentliche bahnstrecke rein bauen können weil ich würde sehr gerne dann hier unser haus mit dem einen gebiet mit der mine praktisch verwendet werden mit einer bahnstraße sage ich mal verbinden weil dann können wir da immer die sachen hin und her transportieren so und gleichzeitig ist es halt schneller als immer zu fuß zu latschen ich verlege gerne unterirdisch sage ich mal bewusst die bahn schienen unterirdisch weil dann können da keine ja viecher auf dem weg herumstehen die uns stoppen und oder wieder zurück schicken so und hier hatten wir noch eisen natürlich auch mitgenommen da ist noch was so und dann stopfen wir es wieder und da ist wieder eisen und nicht bitte wollen wir das natürlich mitnehmen immerhin sind wir wenigstens wieder in unserem gang drin so und immerhin haben wir es schon bis hierhin geschafft so und ich sehe gerade auch dass wieder die zeit um ist naja schön dass du dabei warst schön wäre es wenn du auch im nächsten part dabei sein würdest ich wünsche dir auf jeden fall einen schönen tag einen schönen abend viel spaß und bis denn dann tschüss ein j j j j j j j j Untertitelung des ZDF, 2020